Das dritte Türchen, der zweite Gast. Wir haben eine weitere Folge von Mo's Weihnachtsgeschichten für euch. Vor mir sitzt mein nächster Gast und ich freue mich sehr auf ihn. Stell dich doch mal vor. Ja, hallo. Ich bin Raphael Dwinger. Ich bin Schauspieler. 32 Jahre alt. Wohnst in Berlin. Wohne in Berlin. Und ich habe eine ganz kurze Geschichte mitgebracht von Gerhard Polt und sie heißt Der Rauschgoldengel. Der Rauschgoldengel. Die hören wir uns jetzt an und danach quatschen wir ein bisschen über diese Geschichte und wir werden auch ein bisschen über Raffi quatschen, was er uns so aus seinem Schauspielerleben berichten kann, was auch immer das sein mag. Und ja, viel Spaß damit. Mo Entertainment. Lass uns was hören. Der Rauschgoldengel. Der Kraftfahrer Hofinger war Kraftfahrer von Beruf. Ansonsten hatte er viel Freude am Durst. Diese Freude gilt er gewissenhaft mit Bier und Schnaps aufrecht. So begab es sich, dass Hofinger an einem herrlichen, heiligen Abendnachmittag voller Schnee und Kälte der Wirtschaft zum Atzinger zustrebte, um sich dort auf die Feierlichkeiten des Tages gebührend einzustimmen. Zum Entree genehmigte er sich in kleinem Kreise, es waren noch der Emigrant Kovacs und der Trambaner Gerstl dabei, sieben Weißbier und flankierend dazu diverse Obstler. Als dann der Lärm draußen auf der Straße langsam einschlief, begann Hofingers Weihnachtsstimmung zu knospen und dementsprechend genoss er den Weihnachtsbock, ein Getränk, welches extra für die hohen Festtage hergestellt wird. Aus der Musiktruhe erscholl Country Music und gleichzeitig aus einem anderen Geräuschspender, also sozusagen im Freistaat. Diese Beschaulichkeit stimulierte den Hofinger bewegt zum ersten inbrünstigen Stihile macht, Hallüge macht. Der Emigrant stimmte sogleich mit ein und verbreitete seliges. Hofinger unterbrach verblüfft. Ja, was bist du nachher zu für einen? Bist du ein Asylant oder Dissident oder ein Flüchtling oder gar ein Mafioso? Hofinger war beeindruckt. Singt der stille Nacht. Kovacs beantwortete diese Frage nicht, jedenfalls nicht an diesem Weihnachtsabend im Atzinger. Er erhielt sich lieber an den Bock und feierte. Gerstl hingegen trank eine vulgäre Halbe nach der anderen, freilich ab und zu durch einen Nikolaschka unterbrochen, gegen »Das süße Zeug, das wo um an Weihnachten euwei an Morgen verpappt«. Da der Atzinger keine Wärmestube mit Open End war, speziell an Festtagen wie diesen, erfolgte um sieben Uhr die unerbittliche Räumung. In der ernüchternd kalten Winterluft animierte Gerstl »Geht's weiter? Ich hab' schon noch ein paar Tragl am Balkon. Dann warten wir halt bei mir auf das Christkind.« Gerührt willigten die beiden anderen ein. Auf »Oh, du fröhliche« folgte bald »Wir lag im Format Agaskar« und »Marina, Marina, Marina«. Die Stimmung konnte nicht besser sein. Beim Hofinger tat das 24. Bier, noch dazu eisgekühlt, seine Wirkung. Abrupt riss es ihn von der Liedertafel in Richtung Toilette. Ob er selbst noch merkte, dass es bereits zu spät war, ist nicht überliefert. Nachdem das Duett das gesamte verfügbare Lied gut verbraucht hatte, bemerkte Kovacs »Wo ist Kofinger? Heimst du Familie oder was?« »Ja, Herrschaftszeiten, wo ist er denn?« fragte auch Gerstl und fand die Bescherung in seiner Diele. Was jetzt geschah, muss jeden echten Christenmenschen, der von der allgemeinen Verrohung der Zeit noch nicht ganz versaut ist, bewegen. Der Trambahner und der Immigrant schleppten den hundert Kilo schweren Kameraden ächzend und stöhnend drei Treppenaufgänge hinunter. Beim Umgreifen entglitt er ihnen hin und wieder, dann donnerte sein Kopf schwer über die steinernen Stufen. Es ging durch die kalte Nacht vorbei an Tannenbäumen im Lichterglanz und dann, zwei Straßenzüge weiter, durch den Hinterhof nochmals zwei Stockwerke hinauf. Dort legten sie ihn vorsichtig, um den Weihnachtsfrieden nicht zu stören, vor seine Wohnungstüre und schoben ihm fürsorglich den Fußabstreifer unter das zerschundene Haupt. Kovacs, der Mann aus der Fremde, steckte ihm noch eine ungeöffnete Flasche dunklen Box der Marke Hopf zwischen die Finger. Dann verließen sie ihn mit der Gewissheit, die ihrige Christenpflicht voll erfüllt zu haben. In Hofingers Wohnung war der Heilige Abend bereits zelebriert worden. Die Mama mit den drei Kleinen und die Oma, Hofingers leibliche Mutter, hatten die Abwesenheit des Vaters zwar beklagt, aber hingenommen, weil man ja in etwa eh wusste, wie es ausgeht, wenn der Papa nur einmal schnell ein Wingerl zum Atzinger reinschaut. Psst, flüsterte die Oma und drehte den Fernseher leise. Ich hab draus was gehört. Hurtig spurteten die Kinder zur Wohnungstür, öffneten und... Der Papa ist, riefen sie. Der Papa ist, er liegt im Treppenhaus, er ist heimgekommen, der Papa. Ein Anflug von Froheit entfaltete sich auf dem Gesicht der Oma, die überhörte, wie es dem Munde der verhärmten Frau Hofinger entfuhr. Der Rauschgoldengel von Gerhard Polt, gelesen von Raphael Dwinger. Raphael, Dialekte. Wir hatten es schon, wir hatten es schon bei der ersten Folge von Mo's Weihnachtsgeschichten, da waren auch, Dialekte haben auch eine große Rolle gespielt, jetzt auch. Es ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Was ist bei dir und Dialekten? Ja, also ich bin ein sehr großer Fan von Dialekten, vielleicht ganz besonders deswegen, weil ich selber keinen eigenen habe. Ich bin zwar in München geboren und aufgewachsen, aber in einer komplett hochdeutschen Familie, also mit preußisch und amerikanischen Vorfahren. Also so wie ich spreche, reden meine Eltern auch. Gab kein Dialekt, kein Sing-Sang in... Einen Sing-Sang, vielleicht ein leicht Münchner Sing-Sang schon, ja. Aber so, also wirklich Mundart nicht. Ich habe dann relativ früh angefangen, mir Dialekte anzutrainieren über Zuhören. Ich komme darauf aus einem besonderen Grund, weil ich kenne Raphael jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Und es gab mal eine Party, auf der wir waren und da kam es dazu, dass wir improvisiert haben, Geschichten improvisiert haben und dann kamen wir plötzlich auf Dialekte. Und es ist so eine kleine Challenge entstanden, wer was auf Dialekten sagen kann. Und Raphael hat gnadenlos alle abgezogen, weil du so wahnsinnig viele Dialekte kannst. Also ich war... Imitieren. Es ist jetzt... Imitieren. Imitieren, genau. Okay. Du imitierst Dialekte, sagst von dir selber, du machst das hobbymäßig, hast das jetzt auch in dieser Geschichte benutzt. Den Kreis, den ich da ein bisschen schließen will, ist, dass ich das ein sehr teilweise kontrovers diskutiertes Thema auch bei Hörbüchern finde, weil es sehr viele Leute gibt, die Dialekte in Hörbüchern, Hörspielen gar nicht mögen. Also dazu kann ich sagen, das ist was sehr Deutsches, weil es gibt ja eigentlich, die deutsche Hochsprache existiert eigentlich, das ist ein Kunstprodukt. Ein Kunstprodukt durch Luther, also Luther war quasi der Urheber und eigentlich seit dem 19. Jahrhundert mit den Gebrüdern Grimm, der deutschen Grammatiker und so, man versucht, der Vielzahl der deutschen Dialekte quasi eine gemeinsame Schriftsprache zu geben. Es gibt eigentlich, es ist eine Schriftsprache, die wir sprechen, es ist eine Kunstsprache. Weil es gab, es gibt keinen, man spricht ja oft von Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, das gibt es nicht. Es gibt kein Althochdeutsch, kein Mittelhochdeutsch. Es gibt viele altdeutsche Dialekte, viele mitteldeutsche Dialekte, früher die im Mittelalter gesprochen wurden. Eine Hochsprache gibt es noch nicht lang. Im Prinzip hat jeder so gesprochen, wie er, woher er kam. Und in England, lustigerweise, gerade im Schauspielbereich, wird auf Schauspielschulen Dialekte antrainiert. Das ist ein eigenes Fach. Das ist ein eigenes Fach. Weil zum Beispiel bei Shakespeare, die Merchants, you know, they speak like cock in English, you know, like the people from London, right, they got like a slang. Also einfach, um das zu unterscheiden, die einfachen Leute, die haben dann diesen Londoner Working Class Slang oder in Macbeth wird dann Schottisch gesprochen. Also da wird wirklich damit gespielt. Also das wird benutzt. Und in Deutschland scheint es irgendwie verpönt zu sein, obwohl doch gerade Deutschland wirklich so viele tolle Dialekte hat. Ja, vielleicht hat es aber, kommt dieses Verpönt daher, dass Deutsche vielleicht auch wahnsinnig stolz auf ihre Dialekte sind. Also ich kenne das, oder ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, wenn du mit einem Heimat-Dialekter, sagt man das, erfinden wir es einfach mal, wenn du mit einem sprichst und du wirst immer misstrauisch beäugt, wenn du den Dialekt sprichst. Meistens kann man den natürlich nicht so gut, aber es ist dann auch direkt so eine, ja, so eine Revalizierung, okay, der traut sich jetzt hier meinen Dialekt zu sprechen und nicht, ah cool, er versucht meinen Dialekt zu sprechen. Das stimmt, ja. So dieser Unterschied. Sondern es ist immer eher so, ah, ihr versucht jetzt hier irgendwie Bayerisch. Gewisser Stolz, genau, ja. So, und vielleicht kommt das daher. Das mag sein, ja, das ist ein Punkt, weil in England, komischerweise, ich weiß es nicht, aber zumindest habe ich noch nicht, kenne ich keine Diskussion über, ach, in diesem Film versuchen sie aber Manchester zu sprechen und können es überhaupt nicht, weil die Schauspieler können es dann, die trainieren sich das halt an, die haben dann Coaches und die machen das dann gut. Vielleicht, weil sie Musiker, also dazu gehört ja Musikalität, um einen Dialekt zu, und Mut. Okay, pass auf. Raphael, mir juckt es in den Fingern. Okay. Kannst du, wenn ich jetzt ein Dialekt sage, kannst du ihn sprechen? Das kommt drauf an, ich kann nicht alle so gute mit dir, ne, das gibt mir ein paar an. Okay. Kölsch. Kölsch. Ja, das, das weiß ich, ich komme ja selber nicht aus Rheinland. Ich komme nicht aus Kölsch. Ich komme nicht aus Kölsch. Singsang. Sächsisch. Ja, Sächsisch, das, der Witz bei Sächsisch ist, das ist ein bisschen höher, weißt du, also der Thüringisch und Sächsisch, nicht? Also das Sächsische ist ein bisschen höher, ne, ist ein bisschen nasaler, während das Thüringische ein bisschen mehr kulturaler, weißt du, man ist mehr an Bayern dran, deswegen ist man da ein bisschen mehr so... Badisch? Badisch, haja, du, ja, badisch, äh, obwohl mein, mein, ja, das traue ich mich nicht so ganz weit, äh, obwohl mein Cousin aus Badebade kommt und der Singsang so ein bisschen, aber ich, trotzdem weiß ich nicht so genau, wie man dann die Worte benutzt, das wäre dann eher so Schwäbisch, da würde ich dann eher so ins Schwäbische rutschen und badisch und schwäbisch, das, äh, das darf man für ich verwechseln, gell, weil die, die sind sich, die, äh, die mögen sich überhaupt nicht, weißt du? Berlinerisch? Ja, das ist jetzt, das ist jetzt eine Herausforderung, weil wir sind ja hier in Berlin und das, du, ja, ich, weißt du, ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Wienerisch? Na bitte. Gut, also das Problem ist halt immer, dass ich jetzt improvisiere, also ich hab ja keinen Text, ne? Wenn ich dir zugucke, wie du diese Dialekte hier anschneidest, ähm, und das ist ja so, was ich interessant finde, weil es natürlich auch zu Schauspielkunst dazu gehört, meiner Meinung nach, auf jeden Fall auch, sich mit Dialekten zu beschäftigen, es verändert sich was, um Dialekte zu benutzen, von, von der Mimik her, von der Körperhaltung her, also wie der Kiefer steht, wie die Augen sich öffnen, wenn ich dich dabei beobachte, äh, verändert sich das alles und, ähm, das heißt, eigentlich jedem Dialekt kann man praktisch auch diese, eine gewisse Körperhaltung zuordnen. Also so bei, wie würdest du das beschreiben, bei Wienerisch zum Beispiel? Naja, ähm, da wärmer, also ich weiß nicht, wie die Kieferstellung da ist, aber der Witz ist das, also... Aber das Lustige, warte, lass ich ganz kurz unterbrechen, das Lustige ist, du hast gerade in diesem Moment, wo du angefangen hast, Wienerisch zu sprechen, hast du so dein, du sitzt hier auf einem Stuhl, auf einem Holzstuhl und hast so dein, hast dich nochmal so zurecht gesetzt, also hast du den, äh, so, ne, so rechts und links gerückt und hast auch so irgendwie so deinen Arm hochgenommen, so ein bisschen mehr Aufrichtung, also es ist dann direkt so... Ich kann dazu schon was sagen, und zwar Dialekte verändern, natürlich total, den Typen, weil natürlich, äh, es sind natürlich Klischees, aber an Klischees ist ja auch viel Wahres dran, sonst gäbe es ziemlich, und oftmals so gewisse Merkmale, die man einem, einem Volksstamm einer Region zuspricht. Äh, die Werner, die sind halt ein bisschen, ne, das ist schon so... Ein bisschen hochnäßig. Ja, hochnäßig, ein bisschen hinterfotzig, das werden selber auch nicht bestreiten, ne, das ist so ein Sing-Sang, es ist auch, sie sind schon, ja, ein Geburt, natürlich, es ist eine Kulturnation, die bieten sich schon sehr viel drauf ein, ne, und so. Genau, das war Wienerisch und Berlinerisch ist ja vielleicht sogar eine Art Gegenteil zum Wienerisch, weil es ist, es geht nach unten, es ist so, man hängt sich so ein bisschen die Seile, so, und... Das würde ich jetzt morgen auch sagen, und vor allem ist das so, auch so eine Haltung, weißt du, so ein bisschen, ja, das ist mir jetzt auch Wumpe, das ist jetzt auch nicht so wichtig, weißt du, nimm dir mal nicht so wichtig, weißt du, und das ist, ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen anders, ja. Und du sitzt vor mir, lehnst dich so ein bisschen nach hinten, äh, und, und, ja, und man lässt alles ein bisschen mehr hängen. Also das ist so, und finde das eigentlich ganz spannend, weil ich es eigentlich ein sehr interessantes Handwerk finde, was in Schauspielschulen oder so wenig vorkommt, das direkt zu lernen. Ja, eigentlich gar nicht, im Gegenteil, es wird dir abtrainiert. Also wenn du auf die Schauspielschule kommst, als erstes im Sprechunterricht wird dir erstmal, werden dir sämtliche regionale Eigenheiten ausgetrieben. Du musst Hochdeutsch sprechen. Ja, total, das war Bühnenhochsprache. Also ich komme aus dem Rheinland, vielleicht hört man das noch so ein bisschen, den Singsang, aber der war bei mir sehr stark vorhanden. Ich hatte auch, ja, genau, ich hatte einen rheinischen Dialekt, so, und der wurde mir abtrainiert. Ich habe da nicht so das Problem mit, weil ich kein Problem damit habe, auch Hochdeutsch zu sprechen, aber, ja, es ist sozusagen, dass man da versucht, ins Hochdeutsche zu kommen. Ja, und das ist natürlich, es wird dann später wieder benutzt von Regisseuren. Das habe ich oft erlebt, dass ein Regisseur gesagt hat, so ein berühmter Kniff, so ein Trick, der sagt, wenn der Schauspieler nicht richtig an die Rolle rankommt, sagt er, sprich doch mal in deinem Heimatdialekt. Sofort ist ein Typ da. Und wenn man mir das sagt, dann muss ich sagen, ja, das ist mein, ich habe keinen Dialekt, ich habe, ich bin Hochdeutsch aufgewachsen, ich bin zwar bayerisch, aber ich kann bayerisch, und so, und jetzt hätte ich eine wunderschöne Überleitung, nämlich, ich habe bayerisch mir selber antrainiert, vor allem beim Anhören von Gerhard Poltplatten. Und da sind wir bei der Geschichte. Voila. Voila. Was für eine elegante Überleitung. Ja, sehr elegant. Es ist eine Satire, es ist sehr rau, es ist so ein bisschen dahingeschmettert für mich, also so beim Zuhören. Da ist so der Säufer und hier ist in einer Bar und da geht es rund und da wird ihr soffen am heiligen Abend. Und was auch sehr bitter ist, was ist so dein Bezug zu dieser Geschichte? Ja, also ich glaube, mein Bezug ist vor allem zu dem Autor der Geschichte. Und das ist auch, diese Geschichte ist bezeichnend für den Autor, weil das ist sein Stil. Also Gerhard Polt, für alle, die ihn nicht kennen, ist wahrscheinlich der bedeutendste bayerische Kabarettist und Satiriker der Gegenwart. Und er schreibt eben, oder in der Regel, ja, seine Sachen sind eben auch, seine Sketche sind auch in geschriebener Form vorhanden. Eben, ich habe auch eben so ein Buch von ihm. Aber in der Regel kennt man sie von ihm selber quasi live performt oder dann auf Schallplatte mitgeschnitten, also quasi Auftritte von ihm mitgeschnitten. Und er ist eben besonders bekannt für seinen schwarzen Humor, seinen bitterbösen Humor und vor allem diesen Typen. Den Typus des Bayern, des bayerischen Grantlers und eben auch des menschenverachtenden. Das Ende der Geschichte, die Tür geht auf, der Vater sitzt besoffen im Treppenhaus, noch total am Pennen wahrscheinlich. Er liegt, und zwar da spiem und da schissen, da spiem für alle nicht bayerisch Sprechenden. Genau, das sollten wir mal klären. Da spiem heißt, speim heißt sich übergeben, also voll gekotzt und voll geschissen auf gut Deutsch. Ja. Da spiem und da schissen. Es ist sowas Raues. Was verbindest du mit dieser Geschichte? Mein erster Auftritt vor Leuten als Schauspieler war mit einem Gerhard Polsketsch. Raphael Twinger, Schauspieler, studiert an der Schauspielschule Volkwang in Essen, Bochum, Essen. Und warst vier Jahre am Berliner Ensemble, einer der renommiertesten Theater über Jahre in Deutschland. Oder bekanntesten würde ich mal eher sagen. Du bist für mich, als ich dich kennengelernt habe, und vielleicht sage ich das ein bisschen vorsichtig, ein sehr typischer Bühnenschauspieler gewesen. Okay, das sagt er mit einem Lächeln. Nein, sag, sag, ich bin ja gespannt. Nein, gewesen, weil du, immer wenn ich dich erlebt habe, am Theater, also ich habe ja auch Sachen beim Berliner Ensemble gesehen, auch immer danach, oder jetzt, wie du hier sprichst, du bist so in dieser Materie des Schauspiels drin, dass ich mich dann manchmal frage so, zieht sich das durch dein komplettes Leben, oder gibt es auch Zeiten, wo du so denkst, boah, jetzt will ich gar nichts mit Schauspiel, gar nichts mit Sprechen zu tun haben. Was ist das dann? Ja, also das gab es. Also es gibt immer wieder Situationen, wo ich mir denke, also zum Beispiel habe ich eine riesige Liebe zur Geschichte. Also Geschichte als Fach, also Menschheitsgeschichte. Und das ist das komplette Gegenteil. Da vergrabe ich mich dann in Büchern, in Dokumentationen und will von der Außenwelt nichts, nichts zu tun haben. Da verschwinde ich, will ich als Mensch dann auch gar nicht, da bin ich plötzlich total menschenscheu. Ich will nicht im Rampenlicht stehen, sondern lieber die Geschichte anderer Menschen betrachten, aus sicherer Entfernung. Also plötzlich würde ich mir wünschen, eigentlich nur noch irgendwie Geschichte zu studieren, um mich in meinen Büchern vergraben zu können. Also das ist, ich bin eine sehr ambivalente Person. Natürlich erlebst du mich meistens nach Vorstellungen relativ voller Adrenalin, oder, ne? Ja, würde ich so nicht sagen. Also ich kenne dich auch, ich kenne dich auch aus Situationen, also wir waren ja auch zusammen schon im Urlaub, so mit Freunden und Kollegen. Und du bist ja jemand, der es auch genießt, so diese Form von Schauspiel auch in seiner Freizeit zu äußern. Also wenn du einen Witz erzählst, du bist jemand, der den mit dem ganzen Körper erzählt und der dann auch aufsteht. Und ich finde das total super, weil es total lebend ist. Es gibt noch eine Sache, die du mit Leidenschaft tust, die hat wieder sehr viel mit Schauspiel zu tun oder mit Theater. Du sammelst Kostüme. Ja. Du sammelst Kostüme. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ich total spannend finde, weil Raphael wahrscheinlich der bestangezogenste Mann ist, den ich in meinem näheren Umfeld kenne. Oho. Das ist natürlich auch eine Geschmackssache, ne? Aber ich meine, von bestangezogen rede ich von Anzügen, von Sakkos, Schuhe und so weiter. Aber es passt komplett. Und das finde ich auch wieder so eine Art, so, das meinte ich halt eben, als ich gesagt habe, so, du bist für mich so ein Schauspieler, irgendwie so, wie ich ihn mir im Kopf vorstelle. Ja, also lustigerweise, ich meine, die meisten meiner Kollegen, die ich jetzt kenne, laufen nicht im Dreiteil herum. Aber vielleicht ist das ein bisschen das altmodische Bild eines Schauspielers. Genau, es ist total, bei mir ist es komplett, also natürlich, ich meine, der Großteil meines Freundeskreises besteht aus Schauspielern und keiner läuft so rum. Es ist nur dieses Bild. Ich glaube, es ist das altmodische Bild, weil ich ein sehr altmodischer Mensch bin. Und tatsächlich, also ich habe mich immer gerne verkleidet. Nicht zu Fasching oder Karneval, wie man bei euch sagt. Karneval. Sondern am liebsten eben dann, wenn sich keiner verkleidet hat. Also auch aus Prinzip. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, wenn ich gern so rumlaufe, was ist denn noch am ehesten auch so, dass ich damit in der Öffentlichkeit rumlaufen kann und nicht alle Leute mich für verrückt halten. Das ist so die 20er Jahre, also Dreiteiler, Weste, Anzug, Taschenuhr. Und so kann ich rumlaufen und meistens kriege ich darauf positive Resonanz, dass die Leute sagen, ach, du ziehst dich ja schön an. Und ich mir dann denke, ja, aber eigentlich könnte das ja jeder machen. Macht aber irgendwie kaum einer. Und das hat relativ lange gedauert. Das war eigentlich erst so am BE, dass ich gemerkt habe, ja, warum kann ich eigentlich da rumlaufen, wie ich will. Total. Aber daraus höre ich auch so ein bisschen, dass du es auch aus dem Grund machst, das zu genießen oder auch diese Resonanz zu bekommen. Ja, sicher. Natürlich, ich bin ein alter Mensch. Also gebe ich zu, klar. Ich bin gerne gut angezogen. Es macht mir Spaß. Ja, macht mir Spaß. Und ich meine, es war früher was eine gewisse Art des Rebellentums. In München bin ich zum Beispiel nicht gut angezogen rumgelaufen, weil dort liefen alle gut angezogen rum. Dort bin ich meistens in etwas abgefuckten Uniformen rumgelaufen. Also jetzt nicht komplett uniformiert, sondern eher so wie im 68, die Vietnam-Veteranen, die gegen den Krieg, so die Pazifisten, die hatten ja auch oft so Uniformen, die so ein bisschen so geflickt waren und so. Also eine Uniformjacke über einer Jeans oder irgendwie so. Ich wollte anecken in München. Und hier in Berlin ecke ich lustigerweise dann manchmal bei manch einem Berliner dann eher durch die Anzüge an. Ich wurde schon als Stuttgarter beschimpft. Du machst gerade ein Theaterstück in Berlin. Was machst du da? Was ist das? Das ist Hase, Hase von Colin Zerot und das wird Premiere am 20. Januar haben im Schiller-Theater. Es ist die Komödie am Kurfürstendamm im Schiller-Theater. Und Katharina Thalbach spielt die Hauptrolle. Vielleicht ist das ja noch ein Anreiz für den einen oder anderen zu kommen. Es lohnt sich auch so. Katharina Thalbach spielt die Hauptrolle. Hase. Hase. Wen spielst du? Ich spiele den älteren Bruder von Hase, Jeannot. Jeannot. Sehr schön. Raphael, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du da warst. Es war ein sehr anregendes Gespräch. Danke fürs Vorlesen. Und viel Erfolg bei deinem Stück. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und allen da draußen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Es ist noch ein bisschen hin. Aber ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne an eure Freunde und Freundinnen weiterreichen, die Lust auf Podcasts, auf Weihnachtsgeschichten haben. Da würden wir uns sehr freuen. Ich bedanke mich. Mein Name ist Leon Stiel. Und... Auf jeden, auf jeden. Ein Wüste im Print. Moe Entertainment. Lass uns was hören.